Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben Oktober, das heißt Halloween steht bald vor der Tja und Oktober ist für mich irgendwie so eine Zeit, wo ich mir am liebsten Horrorfilme angucke und gerne auch alte Sachen und so weiter und deswegen wird jetzt auf meinem Kanal es bis zum 31. Oktober mehrere Film-Reviews geben zu neuen Horrorfilmen oder zu Filmen, die irgendwas mit Halloween zu tun haben oder irgendwas mit klassischen Film-Monstern, also Dracula und Frankenstein oder irgendwie solche Geschichten und den Anfang macht heute ein Film von Wes Craven und zwar sein Regie-Debüt und zwar Das letzte Haus links, im Original auch The Last House on the Left, der allein schon aus Horrorfilm-historischer Sicht ein sehr interessanter Vertreter ist. Worum geht es in diesem Film? In The Last House on the Left geht es um zwei Teenager-Mädchen, die eigentlich nur auf ein Rock-Konzert gehen wollen. Die Eltern sind natürlich besorgt um die beiden. Die laufen aber einer wahnsinnigen Familie von Verbrechern in die Arme, die alles Schwerverbrecher sind, die anscheinend schon sexuelle Straftaten begangen haben und Schlimmeres. Den laufen sie in die Arme und naja, was man von dem Film halt erwartet, es passiert nichts Gutes daraufhin. Sie werden von den Zielen nicht gedemütigt und verletzt und ich will gar nicht zu viel spoilern für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, auch wenn das Ding jetzt schon an die 40 Jahre alt ist mittlerweile. The Last House on the Left. Wie gesagt, das Regiegebüt von damals von Wes Craven in Amerika 1973 erschienen. Und Wes Craven hat ja sehr, sehr viel getan für die heutigen Horrorfilme. Einmal halt The Last House on the Left, bei dem ich gleich so ein bisschen erzählen werde, warum der relevant ist für die Zeit der späteren Horrorfilme. Dann natürlich sowas wie Nightmare on Elm Street, was damals unglaublich innovativ war. The Hills Have Eyes davor noch, was so diese ganze Backwoods-Slasher-Ära irgendwie eingeläutet hat. Und dann natürlich Scream, womit er das Horrorgenre dann nochmal irgendwie revolutioniert hat. Also Wes Craven hat wirklich sehr, sehr viel getan. Rest in Peace. Ist ja, ich glaube, letztes Jahr gestorben. Genau, aber The Last House on the Left. Was gibt es Interessantes zu diesem Film zu sagen? Dieser Film verbringt sehr, sehr viel Zeit mit den Verbrechern, mit den Schwerverbrechern in diesem Film. Was irgendwo der Wegbereiter war für solche Filme wie The Devil's Rejects und deswegen auch für Texas Chainsaw Massacre. Also man sieht gerade bei The Devil's Rejects von Rob Zombie eindeutig, wie viele Szenen irgendwie anscheinend inspiriert sind von The Last House on the Left. Von Szenen, in denen wir sehr, sehr viel Zeit mit diesen Schwerverbrechern verbringen und sehen, wie die so ticken und was die so machen. Genau, da muss ich sehr, sehr an The Devil's Rejects denken an vielen Stellen. Und The Devil's Rejects ist natürlich auch inspiriert sehr, sehr stark von Texas Chainsaw Massacre, so wie halt auch aus der 1000 Leichen. Und Texas Chainsaw Massacre scheint auch viele seiner Wurzeln zu haben bei The Last House on the Left. Da gibt es am Ende zum Beispiel eine Szene mit einer Kettensäge, wo ich mir dachte, okay, ja, das hat wahrscheinlich Tobey Hooper auch gesehen und dachte ich, das ist cool, das mache ich dann auch in meinem Film. Also viele Parallelen so und ich glaube, da war das letzte Haus links irgendwo ein großer Wegbereiter für diese Art von Film, für diese Exploitation-Filme. Und gerade auch für solche Sachen wie die Rape and Revenge-Filme, zum Beispiel wie Ich spucke auf dein Grab, also I spit on your grave, wovon es dann ja auch das Remake gab und so weiter. Weil dieser Film hat ja sehr viele ähnliche Thematiken und Szenen, wie die Mädels dann vergewaltigt werden und verletzt und so weiter. Und das ist zwar kein direkter Rape and Revenge-Film, den wir hier haben, aber der geht thematisch auf jeden Fall sehr, sehr stark so in diese Richtung. Jetzt ist allerdings die Frage, ist The Last House on the Left ein guter Film? Und das ist für mich ein wenig schwer zu beantworten, weil dieser Film macht viel richtig, dieser Film macht aber auch verdammt viel falsch. Vielleicht komme ich erstmal zu den negativen Punkten, weil die häufen sich alle an so in der ersten Hälfte des Films. Meiner Meinung nach hat der Film gerade in der ersten Hälfte keinen konstanten Tonfall und das ist sehr, sehr schlimm mit anzusehen an einigen Stellen. Für einmal haben wir natürlich diese Begebenheit mit den Schwerverbrechern, die gerade in der ersten Hälfte überhaupt nicht angsteinflößend wirken und teilweise sehr lächerlich. Und das passt irgendwie alles noch nicht so wirklich zusammen in der ersten Hälfte. Die wirken nicht sonderlich bedrohlich in der ersten Hälfte, was glaube ich auch nichts damit zu tun hat, dass der Film jetzt an die 40 Jahre alt ist. Weil ich habe vor kurzer Zeit neulich auch Straw Dogs gesehen, also wer Gewalt sieht und der ist glaube ich von 68, also noch älter und den fand ich sehr, sehr beklemmend und angsteinflößend nachher sogar. Also damit hat das glaube ich nichts zu tun, dass dieser Film nun ein wenig älter ist. Dieser Film wirkt einfach nicht besonders gut inszeniert in seiner ersten Hälfte und gerade im Vergleich zur ersten Hälfte wirkt der Film am Anfang so, als wäre er von einem ganz anderen Regisseur gedreht worden. Gerade in der ersten Hälfte gibt es auch sehr, sehr viele Szenen mit viel unfreiwilliger Komik, wo ich mir so dachte, oh Gott, nee, ist das jetzt euer Ernst? Und dann gibt es noch einen Subplot in diesem Film mit zwei Polizisten, die einfach mal die dümmsten Polizisten der Welt sind, wo es dann auch viele Szenen gibt, die auf Comedy spielen. Das wechselt sich dann zum Teil ab mit Szenen, wie die beiden Mädels vergewaltigt werden und da dachte ich mir, nee, das passt vom Ton irgendwie so gar nicht zusammen. Und das war sehr, sehr schade bei Das Letzte Haus Links, deswegen die erste Hälfte fand ich persönlich echt furchtbar, auch mit sehr, sehr viel unpassender Musik unterlegt und sowas. Die zweite Hälfte dann allerdings, gerade das Finale, die geht dann ordentlich zur Sache und da wird der Film auch spannend und unheimlich an vielen Stellen und sehr, sehr brutal auf jeden Fall. Und da geht es dann halt zur Sache und da kann der Film dann überzeugen, aber man muss sich halt erst diese erste Hälfte durchschleppen wirklich, bis man dann zum guten Part kommt in dem Film, wo es dann auch ordentlich zur Sache geht. Wo es dann auch etwas brutaler wird, aus heutiger Sicht ist das zwar nichts Besonderes mehr, aber damals, glaube ich, ging der Film schon ziemlich anginieren. Damals war das, glaube ich, schon eine krasse Gore-Palette, die da so geliefert wurde. Also Das Letzte Haus Links ist, finde ich, ziemlich 50-50. Die erste Hälfte ist ziemlich schlimm mit anzugucken, für mich persönlich. Die zweite Hälfte ist dann sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Also muss man sich selber überlegen, ob man sich diesen Film noch geben kann. Deswegen bekommt er von mir 5 von 10 Punkten und an dieser Stelle ist es für mich auch wichtig, jetzt kein Blatt vor den Mund zu nehmen und zu sagen, ne, dieser Film war ganz, ganz toll, weil es der erste Film war von Wes Craven und so weiter. Ne, der Film hat seine Probleme, ist sehr, sehr holprig, erzählt an einigen Stellen und gerade, was den Ton angeht, nicht besonders gut ausbalanciert. Aber allein schon aus filmhistorischer Sicht definitiv einen Blick immer noch wert. Das war's mit meiner Meinung zu Das Letzte Haus Links von Wes Craven. Was haltet ihr von dem Film? Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet und was ist vielleicht ein guter Vertreter für euch des Rape and Revenge Genres. So, denn, das war's von mir. Macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Review und dann sage ich bis dahin. Ciao.